Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Shellshock Live zusammen mit Maudado. Bewertet den Part und viel Spaß. Hey, also spielen wir eine Runde rüber und mal wieder mit Maudado. Oh, ich gehe da lieber weg. Mit Maudado. Du bist dran. Ich bin dran, hallo. Ja, Manu, hättest du da nicht bleiben können? Hätte ich. Ich habe mich genau darunter stellen können. Ja, und warum hast du es nicht gemacht? Du hast mich nicht gefragt. Ich habe dich gefragt. Nein, da war es schon zu spät. Oh, nice. Double Rebound, nice. Der war gut. Ja, der war nice. Oh, wow, Manu. Wow, oder? Ist das geil? Richtig leichter Schuss hast du da oben. Leicht? Also, ich finde das schwer. Nein, was tue ich denn? Ja, erscheinend ist es wirklich schwer. Wie kann man, ist es halt echt. Mann. Ich hatte halt Angst, dass ich mich selber treffe. Das ist einfach. Nee, das ist gar nicht einfach. Nicht? Schaffst du es auch nicht? Nee, das schaffe ich nicht. Oh nein, nicht, dass ich selber triff's. Ja, mache ich ja sowieso. Hä, wie, warum? Ja, das stimmt. Ach, nein. Ja, mach doch. Ach, nein, ich will nicht machen. Ich will mich nicht selbst treffen. Schieß! Ich treffe mich doch nur selbst. Ja, ich will es sehen. LOL! Hast du mich auch getroffen? Ja, ganz leicht. Beide. Okay, weißt du was? Ich treffe mich auch selber. Ja, geil! Hä? Ich kann's überhaupt nicht einschätzen. Was tue ich denn jetzt? Beruhigt, was tue ich denn jetzt? Ach, komm! Ja, 25 und genau. Und Amor? Ach, Mann, kein Ahnung. Aber, aber Cactus Strike, was echt gut ist. Mach es, mach es einfach. Weißte Verarschung kann ich mich selber. Cactus Strike is nice. Ich würde gern tauschen. LOL! Von wegen verarschst du tötest dich doch selber. Okay, was soll ich denn noch? Schaden gemacht, also so ist es nicht. Na ja, ne? Ja doch, wir haben beide gleich viel Schaden bekommen. Und... Ja! Nein! Nein, 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 nein! Ja! Nein, crit, crit! Und warum denn? Jetzt musst du dich auch selber treffen, ja? Ist es der Deal? Ja, ja. Warte, wie viel Leben hast du? Oh, ich kann machen, dass du mit einem Leben überlebst. Nein, nein. Mit einem? Nein, du hast kein Todesgewicht. Das ist nicht wahr. Oh nein! Warte, habe ich irgendwas? Ja, ja, ja. Bitte, bitte. Komm, komm. Ja, genau. Was ist es? Bitte irgendwas Gutes. Wie viel Leben hat der? Ach, drei, drei. Madbirds, wie viel Schaden macht das? Bitte. Send, send, ne Sply. Weißt du was? Komm, ist mir doch alles egal. Ja, ja. Oh! Oh! Wuhu! Oh. Ja! So, Leute, und jetzt spielen wir gegen einen Level-Vierer. Das wird ein toller Spaß. Oh, der Arme. Oh, ja, was macht der da? Sind wir dran? Ja, ne? Ja, sind wir. Okay, okay. Dann gehe ich jetzt direkt mal auf den. Ja? Oh, nein. Wizard 2003. Frog! Kritt, kritt, kritt. Ja, 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 ja. Oh, schön. 90 Schaden. Und du machst dein bestes Item. Ja. Okay. Weiß der, dass man da... Vielleicht weiß er es nicht. Doch, klar, der weiß das. Das ist, glaube ich, ein Profi. Ja? Wahrscheinlich ein Smur. Das ist ein zweiter Account. Ja. Aber man sieht's. Er kann sich gar nicht... Er stimmt, Level 4. Er kommt da einfach nicht raus. Ja. Ach, Mann. Armer, Junge. Nein. Wollen wir den gewinnen lassen? Komm, töten wir ihn. Nö, töten wir ihn. Obwohl. Hä? Nein, nein. Mach doch was. Oh, nice, Crit. Und nochmal, komm. Noch ein Crit. Nice, Crit. Du schaffst das. Für wen bist du hier? Ja, für Wizard 2003. Ich bin ein neuer Fan. Ja, das war aber nicht der Wizard. Das war sein Mate. Deswegen ja. Weißt du was? Ich mach das selber. Nur ein kleiner Dicker. Nee, nee. Ein kleiner Dicker auf den anderen. Ich schieße, ich schieße auch. Ja. Mach's. Oh. Oh, nee. Ja. Oh, ich darf beide los. Ach, komm. Da ist ja der Low-Level-Typ besser als du. Und du hast 60 Schaden. Ja, Junge. Was ist denn falsch mit dir? Sorry. Das sah echt scheiße aus. Aber dann kam der Crit, der dich gerettet hat. Nein. Oh, geht auf dich. LOL. Oh, trifft mich ja. Ups. Okay, weißt du was? Warte mal, kann ich dir irgendwas mitmachen? Nee. Aber ich hätte einen Double-Zipper und den werde ich jetzt einfach nutzen. Komm. Nein. Oh, schade. Mist. Ich dachte, ich treffe beide. Aber du treffst ihn. Schön. Jo. Jetzt schade. Nice. Jo, ich weiß, ich weiß. Wie viele Bounder hat der? Alter, ist gar kein Bounder. Nein, was der für ein Damage austeilt. Okay, wir sollten den einen töten. Oh nein. Was denn? Ja, das Portal. Achso, welch weiß. Ja, dann schieße ich doch halt einfach rein. Airstrike versus... Ich geh mal hier hin. Vielleicht treffe ich mich selbst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ach, komm. Regenbogen. Lüge. Sehen Schaden. Ey, du triffst fast. Bisschen geterraformt. Ist auch wichtig. Ja, und jetzt tötet Manu. Warum? Warum habe ich noch 100 Leben? Ich will meinen Song haben. Achso. Achso, du hast 9 und konntest dir noch gar nicht präsentieren, ne? Ne, ne, wir setzen. Das ist so quasi die zweite Runde, seitdem ich den habe. Hehehe. He. Ich schieße noch. Ja. Und... Ja. Lol. 60 Schaden. Töte ihn. Töte ihn einfach. Den Wizard. Oh. Oh nein. Ey. Das war ein Shot. Nice. Sunburst. Keine Ahnung. Müsste eigentlich treffen. Ich mach mal. Ja. Zack. Wizard. Ja. 24 Schaden nur. Danke. Und wie viel Damage hast du? Ich habe doppelt so viel Schaden gemacht. Dein Song wird nicht kommen. Dein Song wird einfach nicht kommen. Du müsstest ja sterben. Das ist halt die Sache, Manu. Ja und? Du bist ja jetzt tot. Du bist ja dann. Nee, nee, bin ich nicht. Ich bin nicht tot. Und ich wette, der hat einen Sniper-Schuss. Ja? Ja, bestimmt. Du machst das, Wizard. Hehehe. Okay. Hä? Lol. Er hat doch gerade eben... Warum? Er trifft dich. Ja, aber er hat doch gerade eben nicht was getroffen, oder? Oh, keine Ahnung. Aber die das falsch im Kopf. Nee, nee, bestimmt nicht. Weißt du was? Schüss, Wizard. Der ist einfach tot. Guck's dir an. Hoffentlich trifft mich sein Strahl nicht. Ja! Ja! Och, ich kann mir seine geilen Items holen. Das mach ich. Er kann uns jetzt aber beide treffen. Ich lebe noch. Und? Ui. Ein Sinkhole. Was tust du da? Hä? Ich mach Schockwave. Ich hab gedacht, ein Stück weiterfahren könnte ich. Ja, gut, dann treffe ich dich jetzt auch. Oder? Ja, muss ich ja. Ist nicht schlimm. Ich hab noch... Oder, warte, ich rette dich. Erdbeben. Guck mal, was ich denke an dich. Ich will einfach kein Damage machen. Aber ich bin tot. Was? Wie er mich einfach leben lässt. Warte, ich hole mir das Item und... Versuche ihn noch Damage zu machen. Falls du ihn nicht killst. Das schaffe ich schon. Ich schaffe das. Ganz bestimmt. Ja, ich treffe dich. Ja. Wow. Ja. Und wieder nicht ein Lied. Ja. Und zum Spenden, Achos, machen wir noch mal, äh, äh, gegeneinander. Ja. Ach man, ich hab keine guten Items bekommen. Ich schon. So ist ja toll. Hast du so drei Snapperschüsse oder so? Ja. Vier. Ja, geil. Bei 200 Leben. Naja, aber auch so, so nahe Distanz ist eh nicht schlimm. Ach nein. Sack. 40 Damage. Ja, geil, ne? Und da nochmal gratis zweifach Damage für dich. Hast du einen Sniper oder so? Ne, einen Sniper hab ich leider nicht. Das wär jetzt so krass. Hast du echt nicht einen Bogen? Nein, du hast keinen Bogen, oder? Ne, ne, einen Bogen hab ich. Ich hab nichts in die Richtung. Nein, 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 nein nicht. Dürfst du das jetzt nicht bei vielen? Überlegst dir, ist das ein Sinkhole oder so? Ne, 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 ne. Loll, was? Hä? Das war ein Feuerwerk? Ach, wir haben Wind. Warum sagst du nicht, dass wir Wind haben? Loll. Ach nein. Der Wind hat mich gerettet. Ich hab's auch vergessen. Er redet doch auf dich direkt schießen. Hä? Hä? Blöder Schummler. Blöder, blöder Schummler. Ja. Du hast aber echt Glück. Ja, genau. Ich hab dich genau getroffen. Und das hat nur 40 Damage gemacht. Nein. Och, Mann. Ja, weißt du was? Ach, ganz im Ernst hier. Nimm erst mal das da. 34 nur mit dem Spatz. Ach, komm. Jo, Maul. Nimm erst mal los. Ja, alles klar. Von wegen Scheiß-Items. Bekommt ihr da Frösche? Warum nimmt der eine Frosch zu mir? Weißt du was? Bogenschuss. Oh nein. Du bist einfach fast tot. Oh nein. Ach, komm. Dein zweites Zweifach-Damage. Tu es mir nicht an. Weißt du, nach dem Betrug... Nein. Nein, du kannst mich jetzt killen. Ja, ich weiß. Nee, hör auf. Was hast du da? Ich frag mich grad. Also, okay, es kommt jetzt drauf an, wie das Spiel gebrockt ist. Wenn der zur Seite fliegt... Oh nein. Nee, du bist tot. Ich bin... Ach, komm. Komm, Maul. Geh direkt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, und weißt du, was jetzt kommt? Ich hab's wahrscheinlich nicht ausgerüstet. Und? Ja, ich hab's nicht ausgerüstet. Er hat's verkackt. Da gewinnt er einmal und dann kommt der Song nicht mal. Okay. Dann bewerte den Part. Schaut in die Videobeschreibung. Da sind alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020